Ich seh hier nix und ich nehm' nicht das Spiel zurück. Und da ist schon wieder Gegner. Ich komme einfach mal bis hier, auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen was abbau. Aber egal. Arbeite dran. Und jetzt vorsichtig auszudrücken. Steil. Ich komme mit nach oben. Ah ja, da seh ich schon ne rote Schiene, die irgendwo gebaut wird. Oh, und die Gegner? Ja! Ja natürlich. Hier ist ein Gegner, ja. Wir verzweifeln, die Schiene umzubringen. Aber entweder zu steil oder zu weit. Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt hier. Wir müssen jetzt schreien. 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 Ich mach' ja. Ist okay. Ob ich ihn sehen würde. Hier. Oh Gott! Aua! Oh, ich hab' nur noch ein Herz. Ja, mach' du mal bitte. Ich hab' zwei. Oh mein Gott, sind ja noch Wäsche. Aua! Ich hab' auch noch ein Herz. Äh. Oh. Äh. Äh. Niko, ich hab' auch noch ein Herz. Es ist noch einer! Es sind noch zwei! Was? Es ist noch eine andere Gegner. Ich hab' Aua mit einem mitgebracht. Es ist ja nicht so gut. Ne. Was ist der? Was ist der? Was ist der? Was ist der? Ich brauch' doch noch. Was ist der noch? Was ist der noch? Die P ist dich grad'n bisschen im Lax auf dem TS. Ah nein. Ja, ja, hey. Alles normal, irgendwie. So wie immer. Ja, ja. Einer lebt noch irgendwo. Hast du dir drei Herzchen? Hast du den ersten Hauer? Äh, das ist schwierig zu sehen. Wir sind ein bisschen Lax hier gerade. Mhm. Was denn? Ich bin auch noch nie egal. So, wo war denn die Schiene? Äh, wo war ich untergebaut? Niko, ich hab' gerade die Ontierung verloren. Äh, da. Oder? Nee. Da? Ach, keine Ahnung. Ich hab' vielleicht nur die Rote immer gesehen, die du irgendwie platziert hattest. Also. Hm. Naja. Ah, ja, komm mal. Wie kommt die Rote? Das ist der beste Weg. Aber besser gibt's das durch nicht. Das Problem ist auch generell... Wir merken uns mal die Stelle hier. Ja. Das hat die gerichtste Höhe. Ja. Äh, wir gucken mal, wo die Meile ist. Weil das ist schon ein ganz schön Stück entfernt. Wo, wo bist denn das dann? Ah, ich komme. Ja. Oh, nicht noch tiefer bitte. Doch. Ich bin da unten. Ach, ja. Ah, ja. Hey, Niko. Na? Ich würd' gleich auch gerne im Wasser mittellang kommen. Ich muss auch erst den Schlag nach links. Äh. Ja. Ja, erst mal da runterkommen, Niko. Dann schau mal weiter. Das ist der einzige Weg. Ich kann ja mal gucken, wo es hier lang wird. Ja, guck mal. Jetzt kann ich da nach... Vielleicht... Hab ich grad den Gegner gehört? Alter, ich brauche Achterbahn, Niko. Alles, ob das geht. Junge, Alter. Lass mich so. Mit den Bäumen. Warte, ich will mal... Ich würde mir das mal anschauen. Ja, warte, ich bin doch in die Fälle, Junge. Oh, hier. Achterbahn. Äh, war das... Möchtest du nur zu dir irgendwie? Alter, das geht, Alter. Oh nein. Das war doch Safefahrtenspinner. Hier ist ein Spinn. Hier wollte ich grad bauen. Ja, ich muss hier mal kurz zwischenlanden. Ja, okay, da ist ein Gegner. War keine Spinne. Immerhin. Ja. So, ich komme. Bin auf dem Weg. Ach ja, da bist du. Schöne Schiene. Ja. Hier fängt's an. Ja, das ist vielleicht eine Achterbahn. Oh, Leute. What? Ja. Einmal auf dem Spiel sagen, nicht Kurfu, das ist so steil oder so schräg, ja? Ja. Also, ernsthaft, ob das geht. Also, ich würde dir nur noch mal einkürzen, dann... War vielleicht so ähnlich. Wollte ich nicht so krass, ursprünglich, aber... Also, vielleicht da so... Aber hier so hin oder so. Das wäre ganz cool. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zu passen. Ja, das ist das krasseste Mal gemacht, das Ding. Das ist cool, das alles. Äh, wo ist jetzt die Schiene da oben? Äh... Okay. Warte mal. Ne? 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 Äh... Alter! Ich hab schon wieder diese Scheiß-Geräusche gehört. Das war wahrscheinlich kein Spiel, sondern diese grüne Fiender. Ich spiel's auch immer. Wird schon passen. Boah. Ja, das ist okay. Ich will jetzt aber... Bis das geht. Na dann. Ich hab das nachher so. Ich muss auch schon so eine leichte Kurve anfangen. Ich bin jetzt durch die Bäume durch. Ach. Da runter. Ah, ah, ah. Ja. Wunderschön. Blöd. Durch die Bäume durch. Und ich fahr halbwegs über dem Ding durch. Aber egal. Achso. Da haben wir nicht hängen geblieben. Na schau doch, ob es okay ist, ob der Weiterbauer. Schau kurz mal was nach. Oh. Nein. Ah. Ich brauche mich nicht öffnen, wenn ich angegriffen werde. Oh. 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 Da bist du. Okay. Ja. Hallo. Ich guck nicht zu dir. Jo, mach das. Okay. Ja. Da unten zu komplett. Also von hier möchte ich stehe. Oh, gleich. Ja. Okay. Okay. Ja. Bei... Ja. Ja. Ja, 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 dass das Ding ist. Komm mal mit. Ja. Wir gehen jetzt mal nämlich mal hier durch. Mhm. Weil du könntest ja auch hier unten hin. Nach hier. Ja, ja, wo es geht. Ja, mit Sicherheit. Und dann... Oh Gott, Alter, wir haben mich mega spät gesehen. Nein, ich bin schon wieder angreifend. Wir sind zwei übrigens. Oh, voll. Ja, ja, aber... Oh, zwei erst. Ah, ja, das ist der zweite. So einer ist tot. Ja, geht natürlich wieder auf mich. Gebräuchte für Munition, ne? Ja. Das wäre sehr angenehm. Na, mach du mal. Okay. Ähm, also hier runter. Ja. Um hier nach links zu gehen. Um da schon wieder auf den Gegner zu treffen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, der Wald ist halt unangenehm. Wow, ja, höch hoch, ey. Das hört mich fast, danke. Gerne. Äh... Es ist noch einer. Achtung. Ja. Ja, wir müssen mega spiel. Hinter mir ist du nicht? Nee. Ja, ist der. Oh, 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 oh. Ja. Äh, jetzt bin ich verwirrt. Weil Wasser. Ich höre halt immer noch welcher. Ja, Wasser, geil. Ich wollte eigentlich bin ich hier Wasser durch. Ich weiß nicht, Nico. Äh... War das? War nicht der Blau. Jetzt geh ich zu den Schienen. Oder? Genau. Ach, hier. Da ist meine Schiene. Genau. Äh, ja. Jetzt weiß ich nur nicht mehr exakt, wo deine war. Oh, lol. Da kann ich hier so lang. Oh, cool. Da. Ja, oh, tschüss. Nein. Das ist aber doch, Nico. Ja, okay. Kann ich die einmal hier rüberziehen? Komplett so schräg. Das kann ich das gerade machen. Bleib mal da stehen, bitte. Dass ich das nicht, äh, wieder verliere. Oder kurz mal ein Stückchen zurück. Und dann... ...wähl ich mal so eine Direktschiene aus. Was geht? Scheint so weit. Ich bin ein Gegner. Wo ist er? Ich hab doch neulich gehört bei dir. Ich wusste nicht, wo. Das ist ja einer war, glaube ich, vorhin auch schon mal im Berg irgendwo drin. Hm. Ja, ist leider zu lang, ne? Nein. Aber, weißt du, können wir mit dem Strom, oder? Hm. Natürlich blöd. Das ist nicht schief, oder? Ich glaube, ich hab's. Da ist der Gegner. Gott sei Dank. Da bewegt sich was. Du bist wahrscheinlich ein bisschen vorne, oder? Ja, das ist mit der Wahrscheinlichkeit. Ja, ist... Ja, klar. Sollte er einmal zwischenlanden, aber rein. Ja. Das ist ja maximal länger, also zwischenlänger gegen... Ja, ja. Okay. Schau ich ihn raus. Dann baue ich die... Den Bitschalk schon mal ab, oder? Äh, ja, mach das. Ja, die beiden Bitschalken müssen ja auch weg, leider. Schade. Wirklich? Warte mal an. Also, was nicht ganz so scheiße aussieht, würde ich sagen, könnte es... Übergang hier okay sein, wo der Beton war. So, dann mach ich hier Platz für eine zweite Schiene. Höh! Alter, boah, diese grünen Viecher. Ich denke, das sind nur eine Spinner. Oh! Geil. Wie gesagt, hat er hier vorhin Spinnen gesehen, aber... Oh mein Gott! Ich seh ihn aus dem Augenblick der anderen. Wie viele Gegner gibt's ja eigentlich in diesem scheiß Wald. Sehr viele. Ah. Ich hab auch schon 25 plus nur noch ein paar Alien-Körper da. Glaub ich nicht? Ne, 25, okay. Hey, wie bekomm ich das jetzt? Ich glaub, wir müssen erstmal eine Geradeschiene hinten hinbauen und dann andocken. Das kann ich immer mal gerade machen. Ich weiß halt nicht genug. Mach doch mal deine weiter. Andocken kannst. Das ist egal. Mach einfach deine weiter und dann mach mal die andere Palette dazu. Das ist gut aus jetzt. Ja, ist... Boah, oder? Das ist echt so, dass wir brauchen werden. Das ist recht nah. Ja, doch. Warte gehen. Oh. Das finde ich halt nicht so dreckig. Ja, doch. Gut aus. Cool. Okay, noch ein paar Blätter wegmachen. Das ist einer komischen Streckenfluss, die wir bisher gebaut haben. Aber okay. Das sieht gut aus, finde ich. Jetzt kommt's gleich. Hier ist gleich kein Blätter weg. Wir sind falsch gefahren. Es müsste jetzt recht bald kommen. Oh, oh. Hm. Hm. Okay. Ach, Geiliger. Wo sind wir? Da sind wir. Ach ja. Ja, wir haben da nicht nur die Hälfte. Ja. Es muss nicht so weiter als gedacht. Gibt's auch ein Schilder dazu? Gibt's auch ein Schilder dazu? Ja. Frag nur so, so. Ja. Weiß gibt's, Linger. süden da 1,5 kilometer weil als ich auf der web ob es das wirklich ist ja okay müssen kleine stückchen nach osten wieder aber es ist ja erst mal hier lang oder da hinten drüber das geht das ist noch gut aus die acht gegner man kann ich nur hier bauen alter was für ein feuerregen alter großes also steht dabei ist wahrscheinlich nicht mehr ja das ist das große schießt wie am see ich muss weg ich hatte eben nur noch anderthalb oder so hat mich mindestens einmal getroffen war schon ungünstig ja die mauseempfindlichkeit bei mir relativ gering gerade für kurze zeit was war das denn mal so ein stückchen dann wird es besser ich kann eigentlich eine kurve haben nicht so einen platz hast macht halt nur gerade aus wenn er sich angewickelt haben ich bin eigentlich gerade aus durch man spielen ich brauche da vorne eine krassere kurve glaube ich tatsächlich bei dir die china ein bisschen mehr nach der zeit ja ok mach mal leider sind die fps hier nicht so geil das ist irgendetwas ich glaube ich nicht und wir droppen sie ganz schön oft komischerweise hat er vielleicht ne warte 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 vielleicht noch ein stückchen vorher am besten hier schon mal anfangen rüber zu gehen echt ja weil du kommst sehr weit nach links ja auch schon anfangen vielleicht so das wäre vielleicht ganz gut ne oh haben wir nicht gut platziert das ist ne warte noch wo ist hier hin doch was geht ok ok wolange ich will es nur einmal machen tatsächlich durch oder wie möglich vielleicht was hat das gerade für ein geräusch ne spinne mach die schiene weiter ich stehe eh grad hinten ja du ich mach die spinne ne ich glaub nicht oh nein ne das ist scheiße hier nico der höhnenunterschied hm ja dann zieh sie ein stückchen weiter damit der höhne unterschied nicht mehr ja warte hm hm ok dann mach mit dem bisschen lower noch das geht ich will einfach nur früher aufhören was geht lass dir da aufhören wo du gerade kurz warst also ja das ist aber auch höher noch nicht so das warte warte weiter 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 ja so hat er auch noch an links ne nicht wenn der Trommel ist nicht wenn der Trommel ist den Abstand in der Mitte mehr nach links mehr nach links mehr nach links ach so jetzt muss ich mal gucken recht schnell nach links mal gucken wie man hier rumkommt ja ja jetzt mal bauen über das westchen schau mal hm ja hier so da ja wobei da ja dachte ich kurz aber ob es so geil ist bin ich aber unsicher ja ist das so schön ne überdacht hm könnte ganz cool sein wir können ja mal hinschauen ich guck mal hier rechts erstmal ja oder wie geht das echt rechts da so auch hin natürlich auch ja ja rechts das würde ich sagen schon schöner ja links ist scheiße hm oh mein Gott ich mich denn zwei Gegner direkt ja komm ja ich seh nicht da rumrennen au was ist schon die gut aua auf damit total ey ich hab doch keinen getroffen wie ich mal kurz anmerken oh haben wir uns auch noch helfen oder wie ja jetzt ja den hab ich mehr ach da okay danke alter uiuiui auf du turnedrache das cool es also müssen es hier wir müssen nach ok schade war auch okay aber ja das finde ich sogar cooler würde ich sagen darüber läuft sollte man am besten daran denken dass ich kein jetpack auf habe ja also voll cool ja auch schon extrem cool aussieht sowieso eine wolkenstadt alter was wir hier oben drauf gehen das ist problematisch da kann platzieren platzieren hallo ja toll jetzt bin ich hier das passieren soll das hier geht jetzt ich habe fast gestorben dadurch wo die platte auf der grenz stellen schatten vom lift geht die rate durch hallo da unten der berg da hinten der stinkt gar nicht hier doch nicht für geil aus hier so auswichtpunkt aber ich glaube wir müssen waren ja jetzt da muss er eigentlich da sein hat es auch wieder zu stunden daher ich bin ja genau da müssen wir drunter durch autos helfen sieben sekunden dann springe ich da nach runter ja das dachte ich mir auch gerade ja aber wobei ich kann mich noch komplett bewegen du halt nicht boah boah siehst du das eigentlich wirst du das mal vorgewandt oder was man auch schon sehr freund ja zehn sekunden vorher du hast immer einen timer nehmen halt auch gleich müsste ein autosave sein nee zehn sekunden vor dem autosave wird einem immer bescheid gesagt das ist mega praktisch ansonsten wäre ich schon ein paar mehr mehr gestorben definitiv schade ist nicht so egal so dauert ein bisschen wieder wir sind jetzt hier links obwohl es sieht auch ein bisschen nicht so ganz fertig unten aus zum teil ähm ja manchmal ist das ein bisschen so ähm hä doch müsste sind hier nicht die schienen ok sind da die schienen äh ja ja definitiv aber wo sind die ne ne ja ich bin richtig aber ich glaube ich hier äh ja wahrscheinlich dann links über mir oder da ach so ja 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 ok ok na wo war ja zwei direkt ja nice tschuldig wie es von dir eigentlich ist das oder was hier schlumpf ja machst du schon weg ja ich räume wir mal auf äh die schienen aber du machst die ablatt also ja hören sie ja positioniere ich die schiene mal nebendran einigermaßen das geht natürlich nicht wunderbar äh ach so ja wir müssen so jetzt schauen wie wir ach so oder da rüber ich dachte halt so wie kommen wir jetzt da rüber ich bin mega verwirrt ok ja bist du oh jetzt da so ich hab gehört wir machen ein bisschen hier äh wasserachterbahn so wie ist es hier aber grad die stelle so ein bisschen mit Wasser wär schon geil oder äh äh älter ich wollte die schiene unter wasser legen hm hm ja ja du kannst die auch durch die berge durchbauen ja aber unter wasser absichtlich hört er nicht oder drüber ballern also ist jetzt ne frage ob das wir machen mit der schienenverlegung hier ne ich würd sagen drüber äh ja wie wir allein auch du da merkst du hast so ja ok ähm du hast ein bisschen abstand dazu ist das schlimm weiß es nicht aber sonst gehen doch trotzdem schon unter wasser werden echt nicht besser ähm deine sogar noch krasser ähm ja also bei mir finde ich es ja ha 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 hui aber wie finde ich es noch ok bei dir hm wir haben ein bisschen überschwemmung hier ne äh ja 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 dann hm ja glaub ich grad ist erschreckt weil ich angerufen werde also ja ist auch so ok tatsächlich das ist so was wir ein bisschen rangeht wahnsinnig und vielleicht minimal drüber aber das war meist war echt so krass ja leider ja leider dann machen wir die dann da rüber und dann läuft das schon ich schreib mal kurz jemandem hä ne erst nach dem stream ja ne ne ok so so schon mal kurz was besser ist ja rufe hab ich durch ein riefe ersetzt ich ruf ihn ich riefe ihn morgen an ah egal dann habe ich nicht die wir haben nämlich den zug aktuell nicht hier den ja aber das wäre sehr gut danke für die geht sogar weiß ja gut irgendwann hat er ja gesagt er geht nicht ergeblich werter das ist natürlich schön weil wir es nicht weiter brauchen können zurückfahren und so manuellen stückchen ich muss mal kurz ein typen erledigen hier ich war so cool wenn du das wasser durch auch kurz an ja von alien panzer auch keine wasser effekt hat er fliegt vielleicht noch von dem ja okay aber jetzt wird der weiterbauen ja gut wo ist denn der bohn da okay ich nehme auf jeden fall von bäume weg ja nichts die schiene fliegt ein bisschen krass ja da würde ich jetzt nicht nein warum denn die baum kann ich habe davor ich habe davor dieses ding was der schiene war weg gemacht ja klar und das entfernt auch bäume alles was in der nähe ist wird entfernt auch bäume ach so hä ich hab nur so ich dachte halt nur zu einem den anderen sie das wird er weg und wenn er quasi eine textur ist dann verschwindet komplett mit es wird alles entfernt was in der nähe ist egal das ist also da waren die einer das ist sehr ungünstig die links körper ja das ist sehr ungünstig die links körper ja da kommt mal bei dir da oben ist schwierig hier irgendwie ich komme ja 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 ja